Äh, Miners, ich guck mal, da sind 0 von 15 belegt. Gut, das heißt, sollten normalerweise packen. Mike? Ja? Also du kannst gern mit uns reden. Okay. Äh, so, weg mit den Strings. So, weil in dieser Richtung ist nämlich noch einer, der mich nicht alles täuscht. Hey, die Zombies sehen uns von hier aus jetzt schon, die da hinten sind. Gahnsinn. So, jetzt hat man, glaube ich, meinen Stuhl knacken gehört. Nein. Wenn man sich schon die ganze Zeit hört. Irgendwie nervt. Meinen Stuhl hör ich immer bei meinen Aufnahmen. So, vielleicht hören wir auch nur Menschen. Ja, gibt Schlimmeres. Ja. So, genau, da sind nämlich noch ein paar Schlimmer davon. Wenn man jetzt nämlich die Map mal groß macht mit M, sieht man das nämlich deutlich. Oder mit N. Ja, das sieht man. Und das sind ja in den Schneeregionen teilweise die ganze Zeit so. Okay. Und da sieht man die Dinger natürlich recht schnell. Komm, spreng doch mal ein Loch. Ist das ein Creeper? Ey, du sollst ein Loch springen, du Arschloch. Wenn er soll, dann macht er nicht, ne? Weil nämlich diese kleinen Dinger hier, die ja jedes Mal rauskommen, das sind, glaube ich, auch Elemente, die man irgendwie einschalten kann. Ja, die habe ich schon, die sehe ich, die ist ja jedes Mal, wenn du was tötest. Ja, deswegen. Natürlich sagst du es wieder ein. Achso, das ist doch so ganz weg. Ja, das miese ist, äh, in diesen, äh, Dungeons, können auch Creepers auch noch raus sein. Ach du Scheiße. Ja. Scheiß gelass. Aber ich glaube, diesmal machen wir das ein bisschen anders. Soll ich den Spanner kaputt machen? Okay. Ja, ich brauche noch ein paar Lärm, deswegen. Äh, ich glaube, wir machen das diesmal ein bisschen anders. Wir gehen jetzt runter. Und machen wir jetzt schon einfach die Kisten. Fuck. Du kannst auch von oben, ne? Du kannst auch von oben leer machen. Echt? Siehst du? Und ich habe Diamanten gefunden. Ja. Ähm, ja, komm mal im Gas kurz her. Ja. So, ja, dann hat wenigstens einer von uns beiden noch ein bisschen Platz. Kannst du noch irgendwas hochstacken, was da drin ist? Mööö. Achtung, Liga. Also, ähm, ich sag mal, was ich noch Platz habe, so im Inventar nichts. Meiner ist noch komplett frei. Nein, Forrest hat nur zwei belegt und den Digger nur eins belegt. Ja, ich meine jetzt nur, ob du jetzt irgendwas, was du jetzt im Inventar hast, noch einsammeln kannst. Äh, gut, das sind ja nicht nur Bücher. Ja, Rottenflash, ein bisschen Mostown kann ich mitnehmen, Knochen, Dickies, Gitter, Stäbe. Diamanten kann ich noch 62 mitnehmen. Äh. Probine noch 60. Tu mal bitte hier in dieser Kiste die Bücher rein, die du hast. Und nehmen, ne, die Bücher mach ich gar nicht. Neh mal so viel mit, wie du kannst. Naja, von den Büchern nicht. Von den anderen Kram. Achso, von den Büchern nicht. Die Bücher alle drinnen lassen. Voll? Jo. Dann kommen wir am besten mal hoch. Ja, bevor unser Freund hier wieder auftaucht. Die Dinger, die hab ich noch nie gelesen. Nehmen wir jetzt sollen. Aber mitnehmen kann man die ja ruhig. Äh. Cover up. Greg OS. Manual 1. So, Greg OS Manual 1 und 2 hab ich bald. Und Wien Manual hab ich auch. Gut. Haus hier. Oder ein paar von denen können wir noch mitnehmen. Und dann können wir so langsam mal zum Anfang. Und Mike ist, glaub ich, eingepennt. Merken machen. Hm, ein Schlafredner. Ja, aber wir müssen unbedingt mal hinkriegen, dass es das nächste Mal bei dir besser wieder läuft. Oh, da ist er. Ja. Mal lass mal. Von hier oben können wir ihn aber töten. Ja. Warte, ich geh mal auf die andere Seite. Ja, mach mal am besten Fall die Leiter kaputt. Ah! Alter! Siehst du das? Was? Hä? Was ist das denn? Ich sag halt, er wird immer größer. Guck mal. Der Blue Captain gebunden. Du Arsch, wieso hast du den getötet? Nein! Nein! Nicht schon wieder! Nein, bitte nicht! Leidig gestorben. Ja, ja. Oh Mann, nicht schon wieder. Ich mach mal gleich die Kugel kaputt, ne? Na, ja, ja, doch. Kannst du eigentlich machen. Oh Mann, nicht schon wieder. Kaputt. Okay, wir haben halt sogar schon 5 Folgen. Ist doch geil. Ja, ja, ja. Hey, ich hab ihn fast, ich hab ihn schon über die Hälfte tot. Bin der Held. Ja, aber pass auf, dass, äh... Oh Mann. Er ist fast down. Ja, dann lass ihn mal bitte fast down. Okay, er hat nur noch 3 Leben. Gut, weil sobald er tot ist, spaut neuer und dann besteht die Chance, dass, äh... Ich hab die Kugel kaputt gemacht. ...könn trotzdem spawnen. Scheiße. Ja, das ist ein Spawner irgendwo. Die Dinger, die gibt's auch als Spawner. Das ist richtig mies. So. Willst du ihn gleich töten? Äh, erstens das. Wenn, dann will ich auch so'n schönes Teil haben. Und, äh, zweitens... Zweitens halt. Ne, äh, zweitens können ansonsten wieder neue spawnen. Und es können auch normale Zombies spawnen, die können meine Sachen auch sammeln. Oh. Und wenn die mal eben so mein Miners Backpack oder irgendwas haben, was randvoll ist, das ist ein bisschen schade. Ja, das glaub ich auch. Cool, hier lebt die Welt bei mir nicht. Ah, jetzt doch. Lalalala, 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 lalalalala. Lo 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 lo! Ich bin gleich da. Ja, ihr seh ihn schon. Li 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 lalalalo! Rechts abbiegen. Da ist'n Getreidefett. Wir haben ihr Ziel erreicht. Da ist'n Getreidefett. 20 Metern rechts abbiegen. Da ist'ne Backsteinmauer! Jetzt bitte rechts abbiegen! Die haben ihr Ziel erreicht! Bei Möglichkeit bitte wenden! Bei Möglichkeit bitte wenden! So! Du scheiß Drecksinn! Wo bist du? Aua! Komm her! Haaa! Ich bin imba! Und ich kann nicht... Deinen Backpack hast du noch da liegen! Ja... Ich hatte hier noch mehr liegen, weil ich nicht alles aufsammeln konnte aus irgendwelchen Gründen Weil da noch von der Kugel das ganze Zeug lag Stimmt Dann müssen wir jetzt mal... Kugel rotzt ja auch ein bisschen Was wir davon jetzt liegen lassen können Da sind Fackeln, da sind Kartoffeln So... Mal ganz kurz alle Bücher rein So... Geh mal bitte hin! Zurück! Oh! Alles mitgenommen was ich... was ging Es geht doch da hoch! Äh... was hast du denn so noch an Kram Wo du meinst Null brauchen wir nicht unbedingt Ich schau mal eben schnell... Drei Pfeile schmeiß ich mal weg Jetzt hat er sich Moosstein genommen, die Gitter schmeiß ich mal weg Und sammeln die Hälfte wieder ein Schmeiß nicht weg, pack in die Kiste ran Ja... wollte ich gerade machen Und wenn du eh schon Moosstone hast Kannst du das auch gleich nehmen Soll ich die Knochen mitnehmen oder soll ich die in die Kiste packen? Wart mal... Äh... GregOS... Manual 1... Manual 2... Einen Bronzehelm habe ich Eine Iron Horse Armor Die brauchen wir nicht Doch! Ach doch wegen Eisen, ja genau Nein! Weil wir damit die dämlichen Pferde ausstatten können Achso... Okay... Äh... Tribine Manual... Oh, ich habe ein Stahlschwert Ja, so... Äh... hast du noch einen Platz frei? Ich habe zwei Plätze frei Dann nehmen wir den Lela nochmal mit Und die Schallplatte Okay... Jetzt habe ich... Drei Schallplatten dabei Gut... So... Auf nach Hause Ja... Es hat gerade kurz geweckt... Okay... So... Jetzt ist nur wirklich die Frage... Wo war ungefähr unser Zuhause? Das kann ich dir sagen... Wenn wir hier rausgehen... Links rum... Wo ist denn hier rausgehen? Ey... Hoch und dann nicht runterfallen? Schau mal... Ja natürlich, du machst es auf altmodischen Art Links? Ja doch, stimmt Ja, links Ja, ungefähr so ist So... Da habe ich einen Death Point Hier habe ich einen Death Point Hier habe ich einen Death Point Hier habe ich einen Death Point Äh... Ungefähr so... Und jetzt... Straight geradeaus Kommst du? Ich bin schon vor dir Gern geschehen Was ist das denn hier? Resonati... Ein... Resonating... Hive Okay... Mein Englisch ist gut Resonating... Resonating... Bee... Äh... Hive Das sind äh... Magische Bienen Wir können mit Bienen... Wenn wir noch ein Add-on dazu nehmen... Können wir auch Aura erzeugen... Das heißt... Das ist positive... Damit können wir halt den Flachs so ein bisschen... Cool... Ja... Wir können damit eigentlich... Äh... Wenn wir extra Beasts noch mit reinnehmen... Äh... Kriegen wir über 70... Zu 1,5 Zeiten waren es 70... Jetzt sind es glaube ich... Über 120 neue... Äh... Baumsorten... Boah... Die im Endeffekt... Alle unterschiedliche Blätter... Unterschiedliche Stämme haben... Und halt unterschiedliche Früchte auch... Äh... Und wir sind definitiv falsch... Wir müssen hier weiter hin... Weil ansonsten würden wir gleich was Neues erkunden... Ähm... Und äh... Über 80 verschiedene Bienenarten... Wo wir dann insgesamt über... 150 Bienenarten hätten... Meine Güte... Ja... Wir sollen noch einmal den Überblick behalten... Außer dir... Äh... Wo sind jetzt die... Ah... Verdammt das... Hast... Komm mal ganz kurz her... Hast du noch irgendwas... Was du nicht unbedingt mitbrauchst? Ja... Gerade mal Stolen Presence lass ich hier... Ne... Weil hier haben wir jetzt nämlich ne... Wird sie mich verarschen? Was denn? Die scheiß Büsche... Gehen äh... Auch in den Forrester rein... Echt? Ja... Ist doch nicht mehr normal... Was da alles reingeht... Und ich dachte... Du meintest mich jetzt... Ob ich dich verarschen will... Ne... Äh... Ich glaube hier war doch irgendwo das... Punkt wo hoch... Ja... Jetzt links rum... Ja... Hier... Hier hab ich alles rausgebuddelt... Genau... Hier ist es... Normalerweise hab ich immer ein Buch dafür bei... Achso... Ja... Weil den kann man sich einfach wieder zurückbauen... Achso geht's ja auch... So haben wir noch was von einer schönen Landschaft gesehen... Ja... Und schon fast noch mit... Äh... Sechste Folge voll... Ist doch geil... Jo... Also ich find's echt cool... Aber... Ist halt die Frage... Weil die Wurst jetzt kurz nach Elf... Boah... Hab ich halt zwei Stunden länger gemacht... Als ich wollte... Naja... Nächste Woche... Naja doch... Naja das kommt mir gleich... Ja... Jetzt können wir das nächste Mal wieder aufnehmen... Genau... Aber hier will ich... Äh... Ich hau mir dauernd den Kopf an... Indem ich den Ding an... Irgendwann... Ist die Runkel ab... Stimmt... Ich wollte noch mal gucken... Elevator... Du bist doch ganz stuselig... Ne Enderperle und Wolle... Fick dich... So... Aber Enderperlen kann man auch glaub ich... Irgendwie sogar noch herstellen... Echt? Ja glaub ich schon... Ja... DURTS GREEN! Und... Äh... Achso... Ich bin in dir gelandet... Ich wollt grad sagen... Wo bin ich denn jetzt? Ihhh... Das ist ja ekelhaft... Ähm... Soweit ich weiß... Äh... Äh... Okay... Man kann sie aus... Achtmal... CaCO3 machen... Und ein ES... Ist das... Ist ein... Steinium... Das ist radioaktiv... Aktivide... Also äh... Radioaktiv... Giftig... Und solid... Das heißt fester Stoff... Ja... Oder aus... Posating Mesh... Was man aus Posating Propolis macht... Was man aus Mysterious Comps bekommt... Was man aus Ender... Spectral... Beziehungsweise Phantasimal... Äh... Äh... Bienen bekommt... Und die Ender-Bienen gibt's nur ein End... Und die haben einen hübschen Effekt... Der nennt sich End... BUM! Du bist tot! Eine One-Hit legen die dich! Haha... Okay... Die sind richtig... Da töte ich doch lieber Endermans... Ja... Dann könnten wir Ender-Pearl Dust benutzen... Was man nur aus Ender-Perlen gewinnt... Aha... Das ist mal ein sinnvolles Rezept... Ja... Find ich auch... Das macht total Sinn... Und Kalzium-Carbonat... Bekommt man aus Ender-Perlen... Beziehungsweise aus Karbonat und Kalzium... Alter Schwede... Hilfe... Hilfe... Hahaha... Oxygen... Oh! Äh... Oxygen bekommen wir aus Stone... Mithilfe des Oxygen... Äh... Können wir... Carbonat herstellen? Nee... Gar nicht wahr... Wie doch aus Oxygen und Carbon... Carbon bekommt man denn aus Kohle? Sogar recht viel... Alter... Als Katze verbrenne ich? Ja... Also... Ich bin jetzt tot... Wieso verbrennt man als Katze? Ähm... Also Carbon kriegen wir aus Kabel und... Äh... Kohle... Carbonat... Mhm... Und Kalzium... Bekommen wir... Ähm... Jetzt weiß ich warum ich gestorben bin... Weil ich eben gebrannt habe... Hat die Katze weiter gebrannt... Alter Schwede... Ey... Ich glaube meinen Schirm werde ich für den zu nehmen... Fuck... Alter... Du musst doch erstmal... Was... Kannst du nicht mehr respawnen oder...? Hallo? Ähm... Ähm... Was ist los? Ich hör nichts von dir... Hallo? Hä? Was zum... Das ist jetzt mal... Warte mal kurz... Cool... Meine scheiß Box spinnt rum... Sag mal bitte was... Test... 1, 2, 3... Jetzt... Jetzt hör ich dich wieder... Okay... Alter... Diese... Hä? Diese blöde Box. Ich bin jetzt hier irgendwo gespawnt. Wüste, Dschungel, ein kleiner Vulkan in der Wüste. Ach, verdammt, du bist beim eigentlichen Spawn. Okay. So, das hat jetzt keiner gesehen, was ich getan habe. Ich hab den Weg von ganz alleine hierher gefunden, weil ich einfach so unglaublich gute Orientierung habe. Du kannst den Weg eigentlich recht einfach finden, das ist nicht so weit weg, aber ich hab ehrlich gesagt gerade keine Lust mehr so wirklich. Also, jetzt neu zu laufen und alles. Also, ich hab dein Backpack bei Dingsmen reingepackt, in unsere hübsche, kleine bunte Farbenpracht. Ja, da sind deine Werkzeuge und alles drin, kannst du raussuchen, was du raussuchen willst. Die drei Büsche hier, kannst du noch gut an. Mal eben kurz gucken. Hey, 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 good bye. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. Jetzt geht's langsam auch nur durch. Ich merk das schon. So. Irgendwie fehlt in der Kiste so ein bisschen was von meinen Sachen. Also deine eigentliche Kiste hat auch den ganzen Teil noch mit aufgepressen. Ach so, wo ist sie denn? Ich muss einmal einsammeln, sonst fragt ihr die nicht mehr. So, ich hab mal alles reingeschmissen. Ich fang mal an, ein wenig zu sortieren. Auch wenn das wahrscheinlich mein Todesurteil ist, dass ich das gesagt habe. Bestimmt. So. Und da sind die normalen Ärzte drin. Ey, wir haben eigentlich schon noch recht viele Ärzte. Wenn man das jetzt mal bedenkt, für den ein bisschen Zeit erwarten, was bis jetzt das geniehen kann. 20 Stacks Eisen. Da kann man nicht meckern. Ich bin blind, ich brauche eine neue Brille. Das war noch alles in der Truhe. Ich hab's durch dieses ganze gefunkelt in der Truhe nicht gesehen. Ähm, okay. Ah, da sind meine Kartoffeln. Ja, du bist schuld. Ja, ich hab nichts gesagt. Nein, das soll halt nicht so viel wie bedeuten die... Ja, du wirst schuld. Glaub uns mal weiter. Ich hab deine Kiste leer geräumt gehabt. Ich hab mir schon fast gedacht, dass da jemand dran war, weil die Kiste war leer. Mieser Sack. Aber jetzt hab ich das auch wieder, dass Minecraft die ganze Zeit ein bisschen am rumschlabbern ist. Ja gut, wir wollen jetzt eh gleich aufhören. Joa. Aber das Wichtigste hab ich, ich hab mein Essen und meine Mordwerkzeuge. Das Wichtigste hab ich, ich hab mein Essen. Ja. Und da kommen meine Mordwerkzeuge. Ja. Was gerade auf das Creeper-Gesicht auf deinem Rücken fiel. Alter, wo hast du schon wieder Basalt-Cover her? Haha. Gefunden. Haha. Du hast schon nicht in welcher Cover dabei. Haha. Ich kann doch nichts dafür. Ich find's einfach. Ich bin Pro-Gamer. So, naja, den Rest wird hier nächstes Mal. So, dann würd ich jetzt mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser... bisschen außergewöhnlichen Aufnahme. Sie war hochprofessionell. Ja, vor allem, eigentlich sind wir vier Leute, haben mit drei angefangen, enden mit zwei. Und dich krieg ich gleich auch dann endlich alleine. Hahaha. Ne. So. Und zum passenden Sonnenuntergang, oder? Aufgang? Augenuntergang? Untergang? Genau. Untergang. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der 36. Folge. Ne. Denn bis zum nächsten Mal. Und ja, nächstes Mal bauen wir da dieses komische Häuslein wahrscheinlich weiter. Und ja, dann tschau tschau. Tududu. Mike, auch noch was sagen. Ja. Tschau. Tschau. Tschau.